Der Lebensmittel-Einzelhandel bietet mittlerweile eine Vielzahl unterschiedlicher Formprodukte aufgrund einer steigenden Nachfrage an. Der Wachstumsmarkt Formprodukte liegt bei den Verbrauchern voll im Trend und dies branchenübergreifend. Durch die gewonnenen Erkenntnisse dieser zentralen Kundenanforderung hat Handmann ein innovatives Formsystem speziell für diese Kundenbedürfnisse entwickelt. Das Ergebnis ist ein All-in-One-Formsystem, das erstmalig auf dem Markt zwei Formtechnologien in einer Maschine vereint. Unser Form- und Trendsystem FS525. Bei der Entwicklung dieses innovativen Systems war es unser primäres Ziel, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten, den es so bisher am Markt noch nicht gab. So entwickelten wir mit dem FS525 ein einbeiniges Form- und Schneidesystem, bei welchem je nach herzustellenden Produkt die hierfür jeweils beste Technologie gewählt werden kann. Um diese Flexibilität in der Anwendung zu erreichen, stellten wir uns die Frage, wie solch eine Kombination aussehen kann und das ohne Kompromisse für unsere Kunden. Das Resultat kann sich sehen lassen. Mit der Lochplattenformtechnologie lassen sich 3D-Produkte wie beispielsweise Bällchen oder Klößchen produzieren. Durch einen Wechsel zum Rotationsschneider können dann Produkte mit einem glatten Schnitt wie zum Beispiel Burger oder Cevap-Chi-Chi hergestellt werden. Nachdem wir konstruktiv die Lösung entwickelt hatten, die beiden Formtechnologien in einer Maschine zu vereinen, lag die Herausforderung darin, den Umbau zwischen den beiden Formtechnologien so schnell, sicher und einfach für unsere Kunden zu ermöglichen. Nach zahlreichen Praxistests haben wir ein einmaliges Imrus-Konzept für unsere FS525 entwickelt, in dem der Umbau in nur wenigen Handgriffen innerhalb von drei Minuten möglich ist. Diese maximale Anwendungsflexibilität durch einen Produktwechsel in Rekordzeit ist für mich persönlich das Highlight der FS525. Der wirtschaftliche Druck auf Lebensmittelproduzieren betrifft wie immer größer. Daher ist es wichtig, die Gesamtanlageneffektivität auch aus OE bekannt zu überwachen. Durch die Kombination zweier Formtechnologien in einer Maschine ist es möglich, die Investitionskosten zu reduzieren und zumgleich den Nutzungsgrad der Maschine deutlich zu steigen. Mit dem Rotationsschneider ist beispielsweise eine Leistung von bis zu 350 Portionen in der Minute realisierbar. Es lassen sich innovative und zukunftsfähige Formprodukte effizient am laufenden Band in Höchstleistung produzieren. Ideal für den industriellen Einsatz. Für mich als Lebensmitteltechnologe liegt der Fokus bei der Entwicklung eines neuen Formsystems sehr auf der Produktqualität des Endprodukts. Das FS525 kombiniert aus meiner Sicht ansprechende Formgebung und höchste Produktschonung in einer einzigartigen Weise. Um dies zu erreichen, haben wir uns den gesamten Produktweg im Detail angeschaut und optimiert. Das Ergebnis ist höchste Produktschonung dank kurzen Produktwegen, dem kontinuierlichen Portionierprozess und dem besonders schonenden Fördersystem des Handmann-Flügelzellenförderwerks. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Hygiene. Dort, wo Lebensmittel produziert werden, gehört maximale Hygiene zu den absoluten Grundvoraussetzungen. Das Hygienic Design verringert den täglichen Reinigungsaufwand und sorgt zugleich für höchste Prozesshygiene. Mit dem All-in-One Formsystem FS525 definiert Handmann das Formen-Neu. Sie haben die Idee für ein geformtes Produkt und wir haben für Ihre Anwendung die richtige Lösung. Lassen Sie uns Ihre Zukunft gemeinsam formen.